So mein Lieben und damit Willkommen zu einer weiteren Folge von Bananet Blood Party Und wir starten heute mal, weil es in den letzten zwei Folgen, oder waren es drei? Zwei, ne? Es waren zwei Ja, dann hatten wir echt Probleme mit den Karten, ich hab da auch echt Karten ausgewählt Ja, wir starten jetzt mit allerersten Karten, mit der Isti-Start-Karte Also bei mir lief prima Bei dir, ey, ich kann es immer noch nicht verstehen, dass er es schafft Gut, ich würde sagen, start nochmal Jawohl Also ich kann es echt nicht verstehen, dass es echt, äh Wie das sein konnte Okay, 10 Leben, das ist ja schon mal was Fünf Minuten Joa Also in diesem Level auf jeden Fall Alter Oh Ja, das ist Tom, das ist Tom, das ist der beste Spiel Ein bisschen zu übermütig Oh ja Warte Oh nein, mein Kopf, mein Körper, beziehungsweise auch Oh mein Gott, die Hälfte meines Körpers ist weg Sieht aus wie so ne Nein, 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 nein Oh mein Gott Als ob ich das jetzt überle... Als ob ich das jetzt überle... Ich muss hier nochmal zurück Der will nicht... Schmeiß den Kopf... Nein! Als ob da ne Falte ist Okay, Leute Das, das... Als ob ich... Ganz gut bleiben, ihr bloßt ja ausrasten Ja, die Karte ist halt wirklich easy, also Klar, als easy... Stell mich nur zu blöd an Ich stell mich aber sowas zu blöd an Wo bist du? Bin ein bisschen weiter als du Also, was heißt ein bisschen? 2 Kilometer weiter Ist zu druggelig mit meinem Arm nach vorne, das ist grad nicht das Einfachste, was man machen müsste Wo bin ich denn nicht? Oh mein Gott, ne Falte Tür Oh nein, ne Hammer, oh mein Gott Oh mein Gott, oh mein Gott Noch ne Hammer, oh mein Gott Halbitt runter! Ach, warte mal, ich muss noch stehen, ey Ja, das war easy Als ob du das jetzt... Okay, die Karte ist aber auch echt easy, struggle hier grad wirklich nur noch mit meinem Arm Hehehe Oh mein Gott, das ist hier keine Fehler Du schaffst das! Ach, das ist ja einfach Und da... Weg wenn ich... Ja, das... Ernt jetzt! Ernt jetzt! Ernt jetzt! Ey, komm, ey! Oh, herrlich! So, das hab ich jetzt! So, da wollte ich mich hier grad... Hallo! Drecks, alter, was... Ich hab schluss, was... Oh, Mann, oh, Mann ey, das ist sehr... Mann! Es wird... Der Gewinner! So, nächste Karte... Die, die ist einfach, aber die ist ich... Weiß nicht... Naja... Da muss man ein bisschen tricksen... Curved Mayhem... Curved Mayhem... Mh... 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 Fungiertes Leben, ey... Fass es nicht... Ich glaub, bei einer hat man sogar 20 Leben oder irgendwas... War da einfach... Nein! Die ist auch runtergefallen? Ja... Ich hab wieder vergessen, dass deine Falltür ist, ich vergesse immer... Ha! Oh, komm! Bist du auch runter, die? Die stand's mir im Weg! So, jetzt haben wir's aber... Äh, da ist doch wieder irgendwo eine, ich hab' gehört... Bist du mir nicht verraten, wo ist die denn? Wer das gerade macht? Ich hab' gerade eine gehört... Ja, ja, ja... Ich bin doch... Oh nein, die... Vielleicht krieg ich jeden Haar oder sowas ab, auch... Hier was aber... Ach... Tag, oh mein Gott! Ciao! Was denk schon, warum ich gestehe und warte? Dreck, Hammer, Mann! Mann! Mann, ey, ey... Ich... Ich hab'm... Ich hab'm Bein verloren, oh mein Gott! Ich auch! Warte, warte... Der balanciert sich grad nur noch auf einem Bein! Das ist... Eine Sensation, oh mein Gott! Nein! Struggle mit deinem Körper nach vorne, einfach nur! Oh mein Gott! Drecks Falltür! Der baut also ne Scheiß-Falltür hin! Der blöde Falltür ist! Komm, kein Hammer, bitte nicht! Oh mein Gott! Okay, hier ist ne Pfalz, bin ich vergessen! Da oben war auch noch eine! Oh mein Gott! Come on! Boah, ich wär fast runtergeflogen! Puh! Komm! Ja! Dieser Trick muss man hier drauf haben! Keine anderen! Nur mit dem Kumpen arbeiten! Hast du gewonnen? Ne, noch nicht! Oh mein Gott! Irgendwo hier ist doch noch eine nicht! Ich... Krieche ist! Ha! Ha! Ich bin noch zu kriegen! Aber ich glaube, das war nicht! Ich müsste da fehlt noch zwei, dreimal runterfallen! Das ist nicht das Krieg! Auch wenn ich sowieso ein Gruppel! Ich bin zwei Beine aber okay! Okay! Gut! Lauf wenn nicht so... Wie so ein Gruppel! Wie der Finzer meint! Mir fehlt noch, äh... Mir fehlt noch ein Bein! Ach! Da ist die Seite direkt so ziel! Alter, wie gemein! Come on! Come on! Come on! Ich hab' dir gesehen! Und! Es gibt es nicht, Alter! Es gibt es nicht! So viel Pech kann man gar nicht haben! Sehr gut! Ey, so viel Glück kann man echt nicht haben! Das ist echt... Boah! Ich dachte... Irgendwie musst du noch runterfallen... Oder irgendwie sowas! Oh! Ich dachte doch, die Karte ist einfach! Ja! Sehr gut! Kacke! Mann! Das ist... Das ist nicht mein Anspruch hier! Zweiter Platz zu wehren! Ja! Sehr gut! So, jetzt kommt aber ne Karte! Ähm... Ja, die ist schon etwas extremer! Da muss der jetzt durch, weißt du? Das sind... Standard-Karten halt! Box! 15 Leben, sieben Minuten! Ja! Macht ich ja! Da braucht man echt schon etwas mehr Leben, weil das ist schon... Nicht mal aushalten! Oh! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh! Ich werde dich noch eingeholt! Ich krieg dich noch eingeholt! Irgendwie! Ich fass es nicht! Ich auch nicht! Ich krieg dich noch irgendwie... Morn, rein da! Nein! Alter, wie, die sind richtig schwer, Alter. Na, die sind einfach, stell ich mich so an! Nein! Tschüss! Oh mein! Nein! 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 Nein, 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 nein... Nein, nee, nein, 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 nein... Nein, ME Yunan- Nein, 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 nein... Nein, nein, eh-fach es nicht! Nein, du-i-fach, du-i-fach... Ich f� nicht! Na, Alter, was ist? Waitfakt, Alter. Es geht nicht. tau ab! Nein... Alter, das速.. Oh mein Gott! Nein, ich bin runtergefallen! Weißt du was? Aua! Aua, Aua, Aua! Ich werde hier massakriert, da ist auch was von! Ich falle runter! Mann! Ich hasse es nicht! Swingle Player, no problem! Da bin ich richtiger Profi! Halleluja, ich hab's durchgesucht! Nein! Ich hasse die Falltöne, Alter, ich krieg so ne Krill! Ich falle die ganze Zeit runter! Moan! Ich werde hier runtergehauen! Als ob jetzt nochmal Hammer kommen! Doch, die ganze Zeit! Du wirst gehammert! Hör mal, wer da hammert! Ja! Mann, Dreckshammer! Nein! Alter, hauen mich nur die ganze Zeit runter! Ich komm mich nicht hier durch! Aua! Und runter! Ich fass es nicht! Komm, ich konzentrier mich mal mehr! Oh meine Güte! Ohlala! Ohlala! Oh, ein anderes Spiel, ey! Geht doch! Meine Güte, jetzt muss ich schon wieder warten! Warte, 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 warte! Wo bist du, ach du, irgendwo da hinten, ne? Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ach, komm! Warum fällst du da runter, meine Freddy? Was darf denn? Alter Profi-Skills Profi-Skills So wärst du Drecksfighter Profi-Skills Noch ein Leben Noch ein Leben Ich fass es nicht Ich hab das Leben verkackt Nein Genau in dem Moment wo du gestorben bist Hab ich das Ziel erreicht Ich fass es nicht Du bist einfach immer zu ungeduldig Oh ja, das bin ich Diese Spieler machen mich aggressiv Die hatten wir schon Ja, durch Kaffen wir, komm Das ist aber diese blöde Wir machen Teamwork Ja, siehst du krass Koop Kooperation Schon mal was von gehört hier Hallo Nicht leckere Option Operation Rumpel Stell ich meine Sonnen Ey Hä Ist doch ein Ziel? Willst du vielleicht mein Fleischklopp zu holen? Ne, wird überbehört Hallo Doch, da muss man rein, aber ich doch nicht Sag mal, hat's bei dir was Ja, ich muss da rein, aber sowas von Sehe ich auch so Aua Ab in den Fleischwolf Pass mal auf Schöne Sache Weißt du was? Guck mal her Magst du mich schieben? Danke Komm, geh die Kassen da hoch Schaffste Mein Bein Mein Bein Mein Bein Mein Bein Ich fang wieder an zu brennen Komm rein da Rinder Mach das Mach das rein Ach komm Bum Daher mein Ach nee, ne fungisible Wieviel Leben, ach hier haben wir unendlich oder was Ich fass es nicht, 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 wo bist du Ich bin hier ganz hinten. Achso. Ja, das ist ganz einfach, weißt du? Hat niemand was anderes gesagt? Ja. Drecks Messer. Mh. Rein aggressiv. Ach quatsch, das macht doch kein aggressiv. Alter, ist doch nicht so aggressiv. Quatsch. Okay. Pass mal auf, du klaust mir jetzt nicht in mein Fleisch, äh, mein Fleisch da unten, ja? Nein, nein, das würde ich niemals machen. Steht der? Oh mein Gott, ich bin da... Nice kill! Nice kill! Ich wollte eigentlich voll drauf springen, oh mein Gott. Wir müssen uns eigentlich beide gegenseitig helfen, aber streiten uns hier rum. Na hör auf, hör auf! Das geht so nicht, sonst kann ich, sonst geht so nicht. So nicht. Nee, so äfft nicht, also. Komm! Wer du fuppst mich erotter, dann hast du ein Problem. Nein! Willst du mich verarfen? Ja, selber schuld. Ich bin hängen geblieben, Mann! Karma. Stell dich woanders an, oh mein Gott! Oh Mann! Kommst du nochmal wieder? Ich muss ja. Achso! Achso! Alter! Ist das ne schlimme Runde hier! So! Meine Fresse, Alter! Nein! Hier! Ah! Ich liebe dieses Spiel! Komm! Jetzt! Kannst du mal? Das kann doch echt nicht... Ach ja! Sehr gut! Nochmal? Nö! So geht's! Ach komm! Jetzt! Warte! Das! So! Danke! So! Jetzt! So rum? Dafür kriegst du jetzt erstmal aufs Maul, Alter! Ey! Warte! Warte! Oh! Nein! Und alles nochmal, Mann! Nein! Mein Kopf ist so oben! Mein Kopf hat's geschafft! Nein! Ich bin hier unten! Halleluja! So! Jetzt aber, komm! So! Ja! Kann sein, dass hier noch was mit Teamwork kommt! Oh! 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 Die Karte geht um Teamwork! Unter ist Ausweisung! Ja gut! Dann... Das kommt... Aua! Ach so! Was? Wir müssen da... Wir müssen da zum Teamwork... Ah! Ja, immer diese Sache hier... ... topic em' So wie du gewählt hast, ne? Komm! Mach mir... Mach mir kein Torh! Oh Storm! Na dann komm, lass ich hab zurück! Warte, ich muss mich mal kurz schnell absavet, Alter! Huh! Ok abgesaved. Ich bin vor mal oben! Unglaublich, Alter! Oh, ich habe es überlebt, komm. Komm, ich helfe dir mal. Nein. Preise. Warte, ich mache mich auf den Weg. So, ich habe es doch. Ich sterbe, kein Problem. Ich habe mich hier oben abgesaved, weißt du? Hallo, kannst du mir bitte mal helfen kommen? Weißt du was? Mein Kopf verledigt das. Danke. Kannst du mir bitte mal helfen? Komm jetzt. Ja, bitte sehr. Ganz hoch, Mensch. Nein. Nein. Ups. War aus Versehen. Wo bist du? Ich bin runtergefallen. Karma. Nein, ich auch. Weißt du. Oh Mann, diese Messer sind... So, ich bin im Ziel, ich brauche nur noch dich. Ja, gleich da, ich warte. Diese Messer sind easy, ne? Ja, total. Warte mal. Ach, komm, als ob. Okay, komm, ich gehe hier auf ein Messer. Ich gehe hier auf noch ein Messer. Hier, schenk dir meinen Kopf. Ja. Der wehlt einfach nicht den Kopf. Ach, komm. Warte, ich habe es weißt. Naja, warte. Jetzt haben wir meinen Kopf. Victory. So, wir haben beide gewonnen. So, wir haben beide gewonnen. Loatracks, Re-Spons 29, Intuit Re-Spons 10. Weil ich dir immer so oft helfen musste. Ja, ja, ja. Ja, klar. Na gut, soll ich einen Paulus, würde ich sagen. Ah ja, genau. Das kommt ja auch noch. Gut, würde ich sagen, bis in der nächsten Folge vor Ort. Wenn im Duett Bloodparty Ich hab wieder fast den Namen vergessen Und ähm ja Bis zum nächsten Mal Willst du auch noch was sagen? Arrivederci Genau